hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video über den dracodia server wir sind hier in der roleplay welt ihr könnt ihr freies rundspiel mit adventure modus machen und es gibt immer wieder außerwerte die etwas bauen können wie zb hier die arena die gebaut wird von felix und mir und da können wir dann gute kämpfe machen wir haben nämlich wie ihr so schon seht ein paar böse ein paar gute und paar neutrale und die arena hier ist im neutralen reich das können wir jetzt hier vorne schauen sehen hier ist das neutrale reich da drüben ist das böse und hier ist das gute reich und ja wir haben jetzt vor einem tag angefangen und schon ein paar banner platziert hier die goten mit der gesinnung neutral kommt von gotic im spiel des bs und hier die bösen die haben jetzt noch nicht den namen und hier sind auch noch die gutmütigen und die grenzen sind sozusagen die neutralen das nicht immer krieg ist und nur auf schlacht werden oder so und sonst ja sehr viel frieden herrscht noch also nicht die ganze zeit gekriegt wird das können wir in einem rundspiel nicht so gut machen hier haben wir das erste gebäude von dem bösen natürlich gefängnis und das wurde von leon gebaut und dann nach einiger zeit kommt das erste lager da könnt ihr zum beispiel wohnen und schlüpfe ja dieses haus gehört mir das hat er mir gegeben ich bin ein ninja und kämpfe so ein bisschen für den frieden zwischen den drei reichen da ich neutral bin und nicht gerade gut oder böse habe ich auch kein indiz um jetzt wirklich zu kämpfen so dann haben wir hier oben ja geradeaus dann nochmal so einen unterschlupf und das dorf hier das wurde schon von bösen erobert jo wenn ihr lust habt dann dürft ihr gerne euch melden ich möchte natürlich schon gerne dass ihr schon ein bisschen ja auf dem server angekommen seid schon mal in der survivalwelt also in der free build welt und so arbeiten also spät arbeiten müsst ihr natürlich nicht aber es geht einfach darum dass wir uns euch zuerst mal kennenlernen wollen und danach dürft ihr auch ja kreativ oder kreativ natürlich dann bauen weil sonst baut ihr ja blöcke ab oder so gut dann gehen wir mal zuerst ins guterreich dann haben wir die gesehen hier vom spawner aus schön märchenhaft richtig toll gemacht von fussel der ist gerade nicht online ja es sind meistens so zwischen drei und sieben acht leute online ist natürlich noch nicht so ein mega berühmter server aber er läuft schon sehr gut wirklich auch sehr motivierende leute da die sehr motiviert sind also sehr darauf schauen dass es allen gut geht jo da ist schon mal ein bungalow der fussel hat jetzt noch nicht so viel zeit zum bauen hat aber schon mal vorwärts gemacht genau und jetzt gehen wir zurück zum neutralen reich das habe ich im live stream gebaut und das auf twitch natürlich also hier zuerst mal ein selt mit einem bett ist natürlich wichtig hier ein händler stand für wein also da könnt ihr wein bestellen das hier gerade gemacht wird mit weinreben jo hier auch fürchte die krieber verbrennt sie sind wie hexen genau hier wer ist der wein hier hinten ist noch ein pferd hier ist noch ein bisschen holz zum wein machen natürlich hier ist ein hund da ist einfach ein wolf der wolfshund und jo hier ist ein badetuch sieht aus wie ein spiegel übrigens genau hier wird der wein gebrannt jo alles ein bisschen klein aber das geht dann bald besser gut jo dann war es das mit dem video hier haben wir noch ein paar regeln und so und sie machen halt mit dem shade jetzt nicht so ok müssen wir vielleicht nein es ist wegen der performance diese shade der farben und so die haben leider ein bisschen zu sehr performance gezogen jo machen wir natürlich nicht unbedingt so oft so gehen wir noch vom galgen weg also hier baue ich dann noch eine mine was die anderen bauen weiß ich nicht kann ich nicht erzählen hier gibt es dann die größere mine dann das neue lager und das alte lager natürlich und ja ok genau und dem im adventure modus wieder ein spiegel gemacht paar leute dürfen dann auch bauen natürlich ja und das gibt es hier das wolfsvolk und das ähm wo ist es das wolfsvolk hm jo das war es meine stimme lässt sich langsam machen luft auf derselbe natürlich wer halten der ist so motivierend und genau jo dann sehen wir was denn als nächstes passiert mit einem neuesten video in ein paar tagen bedanke mich und jo wenn ihr lust habt auch mitzuhelfen ist natürlich immer gerne gesehen dürft ihr auf den server kommen und mitspielen tschüss zusammen